Ich greife zum Moderator und damit meine ich das Lebensalter gemerkt, denn es ist für einige von uns, hoffentlich auch für Sie, für mich und meine Frau aber allemal, die erste Begegnung mit dieser Band auf der Bühne. Sechs Herren, meine Damen und Herren, aus Neubrandenburg, aus Volgast und aus dem Ostdebat Karlshagen mit dem Namen Onkel Willi. Eine Gruppe, meine Damen und Herren, eine Band, die sich im Dezember 2014 gegründet hat und wir haben im Vorgespräch nur die Zeile vernommen, mündlich natürlich formuliert, es soll noch richtig groß werden. Und das wünschen wir auch. Und ein Kompliment an die Kulturleitung der Stadt Volgast, meine Damen und Herren, wir haben es mehrfach bei den Volgaster Hafentagen erlebt, dass man Künstlern ein Podium, eine Bühne gibt, um sich zu präsentieren, um sich bekannt zu machen. Und hier wäre ja nun der Begriff Talentebühne allemal viel am Platze, denn die Musiker auf der Bühne, die ein Repertoire zwischen Volk, Rock und Pop spielen, ein breit gefächertes Repertoire mit Evergreens, mit Oldies, mit Titeln der Neuzeit, die Sie sehr leicht erkennen, hier wäre ja allemal der Begriff Talentebühne viel am Platze, denn es sind gestandene Musiker, die bisher in anderen Bands spielten oder das immer noch tun. Und jedenfalls ein herzliches Dankeschön an die Organisationsleitung, an Steffen Ostmann und seine Mitarbeiter vom Kulturressort der Stadt Volgast an alle Organisatoren der Volgaster Hafentage. Vor zwei Jahren haben wir den ersten Auftritt hier von Holger Pautz erlebt, einem Mann der Kinderprogramme, der Kinderzauber-Shows und insofern ist es ein glücklicher Umstand, dass auf dieser Bühne jetzt diese Musiker ihre Premiere haben. Was die Frage zulässt, die kommt man auf den Namen Onkel Willi, wo wir doch aus der Literatur von Theodor Fontane Onkel Fritz aus Neuruppin schon kennen. Oh, ich finde ich jetzt auch. upfning. ut Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020